Ich guck da einmal mit dem Benjar, ey, da fampelt der da draußen rum. Oh, scheiße. Der hat gerade reingeguckt. Oh, nein. Scheiße. Oh, nein. Ich will nicht sterben. Hör auf. Hör auf. Da machst du erst recht, Agro. Alter. Oh, warte, ne, warte. Guck mal, will der uns nicht mehr? Komm, fahr drauf, fahr drauf. Alter. Ist der tot? Nee. Nee, ist er nicht. Was ist das? Scheiße. Wow, wow, wow. Komm rein, komm rein. Zu uns, Alter. Ich bin da nicht. Ach du Scheiße. Oh, Gott. Okay, ich glaube, wir können ihn angreifen, er uns aber nicht. Jetzt mach kein Scheiß. Mach die Tür zu jetzt, ey. Wann wirst du raus, ey? Alter, hab ich einen Schrecken gerade gesehen, Alter. Mann, die Scheiße, die Leute. Ey, wir kommen hier nie wieder raus. Scheiße. Warte, da ist er. Ich hab, ich hab, ich hab. Oh, nee, das war falsch. Geh mal weg. Warte, warte mal. Nee. Ey, wenn du jetzt stirbst, ne? Ja, ja, dann spawn ich ja direkt am Bett. Ist ja nicht so schlimm. Aber ich wollte ihm halt mit der Zbille mal ein paar Steine vom Kopf werfen, wisst ihr? Die Musik ist weg. Ich seh ihn nicht mehr. Ach, der ist da oben in dem Brontosaurus, ne? Ach, Quatsch, ey. Doch. Ja, genau. Schieß dir ein paar Steine drauf. well. Ja.